Ich wusste, dass wir super Chancen haben, weil die auf der Tabelle nicht so erfolgreich sind, wie man sie eigentlich kennt. Letztes Jahr in der Rückrunde habe ich schon mal gespielt und aufgewohnt und ich wusste, dass alles möglich ist. Weil sie auch noch jung sind und unerfahren, aber dass sie das Potenzial haben, ist klar. Es war richtig schwer, vor allem die ersten 15 Minuten. Und danach sind wir besser ins Spiel gekommen, aber dann den Ausschluss, was für uns halt extrem schwierig zu sehen, gegen so eine spielstarke Mannschaft zu verteidigen. Aber am Schluss sind wir super gekämpft und verteidigt und die zwei Tore am Schluss ist halt Weltklasse. Ja! 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 Ja!